Wir befinden uns hier am Produktionsstandort in Karlsruhe, einem von sechs Standorten der KM Packaging GmbH. Wir beschäftigen rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Polen, Deutschland, Österreich und USA. Die KM Packaging stellt Verschlusslösungen im Kunststoff-Spritzguss-Verfahren her und man findet diese auf Tuben und Flaschen in Super- und Drogeriemärkten, Apotheken, im Lebensmittelbereich, aber auch im technischen Fachhand. Wir produzieren jährlich mehr als 6,5 Milliarden Teile und beliefern weltweit namhafte Kunden in der Tubenindustrie sowie große Markenhersteller in der Kosmetik- und Pharmabranche. Hier am Standort Karlsruhe haben wir neben der Spritzgussfertigung mit angeschlossenem Reinraum eine umfangreiche Abteilung mit verschiedenen Montagen- und Veredelungsmaschinen, bei denen ITEM-Produkte zum Einsatz kommen. Hier sehen wir die Untakt-Montageanlage für einen dreiteiligen Applikator für Hautcreme. Die Anlage montiert einen Gewindering mit einer Kanüle und verschließt diese mit einer Überkappe. An dieser Montageanlage haben wir verschiedene Systeme und Komponenten von ITEM eingesetzt, wie zum Beispiel die XMS-Maschinenkabine, das Treppen- und Podestesystem, als auch Fördertechnik für die Zuführung von Einzelkomponenten und den Abtransport der fertig montierten Produkte. Durch die Kompatibilität der ITEM-Produkte untereinander hat sich die Planung, Konstruktion und Umsetzung dieser Anlage deutlich vereinfacht und beschleunigt. Mein Name ist Julian Groß, ich bin Bereichsleiter in der Montage bei der KM Packaging GmbH. Der Einbau vom ITEM-Cailing-System hat mir sehr viel Spaß bereitet, da alle Komponenten aufeinander perfekt abgestimmt sind. Die uneingeschränkte und schnelle Verfügbarkeit aller ITEM-Komponenten hilft uns, Projekte zeitnah nicht nur in Europa, sondern auch in den USA zu realisieren. Eine Herausforderung ist die möglichst flexible und schnelle Anpassung unserer Produktionsmaschinen auf die verschiedenen Varianten aus unserem Produktportfolio. Hier nutzen wir erfolgreich das Engineering-Tool von ITEM für die Konstruktion. Oft in Kombination mit SolidWorks und dann Maschinen mit anzubinden. Mir gefällt besonders die Kompetenzzusammenarbeit mit ITEM. Die Reaktionsfähigkeit ist sehr schnell und der Austausch erfolgt auch auch im Glück. In der Zukunft sehen wir weitere spannende Projekte, die wir mit ITEM gemeinsam realisieren wollen. Als Beispiel sind weitere Packsysteme in den USA geplant und weitere Fördersysteme und Anlagen, die wir ausschließlich mit ITEM-Komponenten realisieren werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.